Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Veto. Wir wollen heute sprechen über die Modern Monetary Theory. Was ist das eigentlich? Das werden wir gleich im Detail erfahren. Ja, im Grunde genommen ist die Überschrift oder der Hauptsatz dieser Theorie eigentlich ein Staat mit eigener Währung kann nie pleite gehen. Sprich, die schwarze Null, die ja so oft propagiert wird dieser Tage oder jetzt auch jahrelang praktiziert wurde, ist vielleicht gar nicht der richtige Weg. Eigentlich ist es überhaupt kein Problem, auch sehr viel mehr Schulden als Staat zu machen. Ist das wirklich der richtige Weg? Mein heutiger Gast ist jedenfalls jemand, der für diese Theorie eintritt und auch viele Vorlesungen dazu gehalten hat, Bücher dazu geschrieben hat und uns hoffentlich einigermaßen verständlich erklären kann, was hinter dieser Theorie steckt. Ich begrüße sehr herzlich Dirk Ehns. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Kreimeyer. Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom und halten also auch sehr viele Vorträge zu diesem Thema. Das ist ja erstmal etwas, wenn ich jetzt als Privatperson mir das vorstelle und denke, naja, wenn ich als Privatperson immer mehr Schulden mache, dann ist ja irgendwann der Punkt da, wo ich schon nicht mal mehr die Zinsen oder die Raten bezahlen kann, weil ich mich einfach überschuldet habe, weil ich mir finanziell das Genick gebrochen habe. Aber Sie sagen, bei einem Staat kann das nicht passieren. Warum kann das bei einem Staat nicht passieren? Also der wesentliche Unterschied zwischen Ihnen und einer Bundesregierung beispielsweise ist halt der, dass die Bundesregierung über die Zentralbank ihr Geld ausgibt und die Zentralbank ist mehr oder weniger, man kann das als Schöpfer des Geldes benennen. Ja, das heißt also, irgendjemand muss ja das Geld in den Umlauf bringen und wer immer das ist, ist sozusagen der Geldschöpfer. So, stellen Sie sich vor, wir hätten quasi in Deutschland eine Währung, die würden Sie malen, in Anführungsstrichen, ja, auf Zettelchen, malen Sie irgendwelche Scheinchen, machen Sie da raus und dann zwingt die Bundesregierung uns, unsere Steuern in genau dieser Währung zu zahlen, die Sie selber anfertigen. Ja, das heißt also, wenn Sie selber halt Banknoten zeichnen und die deutsche Bundesregierung kommt auf die ÖD und sagt, wie finden wir so schön, Steuerzahlungen erlauben wir nicht mehr in Euro, sondern jetzt nur noch in den Banknoten von Herrn Kreimeier, dann werden Sie auf einmal feststellen, dass Sie in den Ausgaben nicht begrenzt sind. Ja, weil die Leute müssen ja ständig Steuern zahlen oder an den Staat Zahlungen leisten. Und wenn nicht heute, dann sicherlich morgen. Das heißt also, wer auch immer sozusagen halt in den Genuss kommt, das Geld herauszugeben, was der Staat für Steuerzahlungen akzeptiert, der letztendlich ist in seinen Ausgaben nicht begrenzt. Das ist natürlich, klingt jetzt erstmal ein bisschen heftig in Anführungsstrichen, aber das ist etwas, was wir eigentlich schon wussten auch und was wir auch schon angewandt hatten. Das heißt also, die Idee zu sagen, dass wir als Privatpersonen beschränkt sind und dass als Privatpersonen wir mit Steuerzahlungen den Staat finanzieren würden, das ist eine Idee, die kommt eigentlich aus den 80er Jahren erst, von Margaret Thatcher unter anderem auch propagiert, die mal gesagt hat, there is no such thing as public money, there is only taxpayers' money. Ja, es gibt nur Steuerzahlergeld und es gibt kein öffentliches Geld. Aber ich meine, gucken Sie in Ihre Brieftasche. Auf dem Geldstein steht leider nicht drauf, Herr Kreimeier, sondern da steht drauf EZB. Insofern bei uns ist die Institution, die das Geld in Umlauf bringt, die staatliche Institution ist halt die Europäische Zentralbank mit den nationalen Zentralbanken, die zum Eurosystem auch dazu gehören. Und das ist sozusagen auch heute der Stand, auch in der Eurozone, dass wir dieses staatliche Geld haben. Ja, aber soweit ich das verstanden habe, ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, aber ist es doch so, dass je mehr Geld im Umlauf ist, desto mehr verliert es doch eigentlich an Wert. Also das heißt, die Inflation nimmt doch immer weiter zu. Genau, das heißt, Sie haben im Hinterkopf eine wissenschaftliche Theorie, die auf der sogenannten Quantitätsgleichung basiert. Ich erkläre das kurz. Die Quantitätsgleichung besagt mehr oder weniger, dass Veränderungen der Geldmenge sich sofort niederschlagen in Veränderungen des Preisniveaus. So, und das haben wir auch in den Universitäten jahrzehntelang gelehrt. Aber es ist eigentlich falsch. Ja, das heißt, wir sehen ganz deutlich, zum Beispiel, letztes Jahr hatte der Staat riesige Defizite, staatliche Defizite, also fiskalische Defizite in Deutschland. Wir haben sehr viel mehr Geld ausgegeben letztes Jahr, als wir wollten, auf der Bundesebene vor allen Dingen. Das heißt, also letztes Jahr hatten wir riesige Defizite. Dieses Jahr sind die gar nicht mehr so hoch. Dieses Jahr gibt der deutsche Staat weniger aus. Trotzdem hatten wir letztes Jahr Deflationsphasen, trotz sehr hoher Defizite. Dieses Jahr haben wir sehr hohe Inflationsraten, obwohl die Defizite doch geringer sind als letztes Jahr. Ja, das heißt also, die Inflationstheorie, die Sie im Hinterkopf haben, die wir normalerweise auch selten hinterfragen, weil es halt so logisch klingt, die haut nicht hin. Das heißt also, nach der Inflationstheorie, dass wenn der Staat viel Geld ausgibt, dass wir dann hohe Inflationsraten haben und schwache Währungen, dann fahren Sie mal nach Skandinavien. Das heißt, wenn wir mal nach Dänemark fahren oder nach Schweden oder Norwegen, die haben alle eigene Währungen. Die haben alle einen Staat, der ungefähr 50 Prozent des Bitroto-Inlandsprodukts ungefähr beansprucht an Ressourcen. Aber da ist nichts billig. Das sind keine Weichwährungen. Also wir sehen ganz deutlich sozusagen, dass diese angeblich logische Gleichung, dass quasi Geldmenge und Inflationsrate zusammenhängen, dass das sozusagen empirisch versagt, dass es in der Realität letztendlich nicht hinhaut. Ja gut, es kann natürlich sein, dass ich und viele andere da einfach eine Schere im Kopf haben, weil wir es halt so gelernt haben. Aber für mich ist es trotzdem nach wie vor nicht logisch oder nicht erklärbar, warum ich sozusagen immer mehr Geld drucken kann. Und dann sozusagen, das muss ja irgendwann, muss es da ja eine Grenze geben. Also wohin darf man denn da gehen? Also wo ist denn die Obergrenze? Oder gibt es da einfach keine? Ja genau, also ich verstehe genau, worauf Sie hinaus wollen. Weil Sie natürlich sich dann fragen, okay, wieso drucken wir denn nicht einfach unendlich viel Geld? Genau. Und die Antwort ist dann, naja, weil die Ressourcen endlich sind. Ja, das heißt also, natürlich können Sie als Staat unendlich viel Geld drucken. Venezuela oder Zimbabwe machen das ja gerade auch mal wieder. Sozusagen da gibt es Hyperinflation. Aber es scheitert nicht am Geld. Das heißt also auch in Afrika, wenn Sie eine eigene Währung hat oder in Venezuela, in Lateinamerika, das sind ja beides Entwicklungsländer. Aber auch die sozusagen, auch für die gilt sozusagen, dass der Regierung das Geld nicht ausgeht. Aber das heißt, wir müssen uns also über die Regeln unterhalten, nach denen wir sozusagen die Geldschöpfung betreiben. Das heißt, wir sind ja einer Meinung, wenn zum Beispiel Erdogan in der Türkei den Mindestlohn erhöht um 20 Prozent dieses Jahr, ja, dann wird natürlich die Inflationsrate entsprechend hochgehen. Ja, das ist klar. Ja, MMT sagt nicht, dass wir einen Freelunch bekommen. Wir können auch nicht hexten. Ja, die Ressourcen müssen wir schon erarbeiten. Aber das Geld ist keine Grenze. Das heißt also, wir müssen halt darüber nachdenken, wie viel Geld der Staat ausgeben kann. Weil natürlich, wenn der Staat Ressourcen an sich zieht, also angenommen, wir stellen noch mehr Leute ein für den Pflegebereich und so weiter, ja, natürlich können diese Arbeitskräfte dann woanders natürlich nicht arbeiten. Ja, das heißt also, der Staat ist limitiert in seinen Ausgaben, weil natürlich die Leute halt irgendwann, ja, irgendwann nicht mehr da sind, die einstellen kann, weil vielleicht auch keine Rohstoffe mehr da sind oder was auch immer der Staat kaufen möchte. Das limitiert letztendlich die staatlichen Ausgaben, aber nur auf der Güter-Ebene und auf der Energie-Ebene und auf der Arbeitsmarkt-Ebene. Aber eine Geldgrenze in Anführungsstrichen gibt es nicht tatsächlich. Genau, Sie haben eben schon Zimbabwe und Venezuela als Beispiele genannt, weil wenn man jetzt das sozusagen als Laie weiterdenkt, dann müsste man sicher denken, naja, normalerweise müssten ja diese Staaten, die wahnsinnig viele Schulden haben und einen hohen Schuldenstand haben, denen müsste es ja nach ihrer Theorie dann am besten gehen. Also wo ist denn da jetzt der Unterschied? Also was ist der entscheidende Punkt bei Zimbabwe und Venezuela, warum das trotzdem sehr arme Länder sind, obwohl sie so viel Geld drucken? Okay, der springende Punkt sind die Ressourcen. Das heißt also, Deutschland ist reich, nicht weil wir den Euro haben oder weil wir so viel Geld haben oder so viel Geld vermögen, sondern weil wir so viel produzieren können mit unserem Wirtschaftssystem. Das heißt also, nur mal angenommen, wir haben jetzt irgendwie, der Coronavirus springt auf die Euronoten rüber und die Mortalitätsrate ist 100 Prozent. Ja, unser ganzes Geld stirbt und verschrumpelt und wird zu Staub. So, das ist kein wirkliches Problem. Wir können sofort irgendein anderes Geld drucken und dann schmeißen wir die Wirtschaft wieder an, in Anführungsstrichen. Ja, die Ressourcen haben wir weiterhin, die Energie. Wir haben die Firmen, in denen halt Arbeitskräfte und Maschinen zusammenarbeiten. Das ist sozusagen unser Wohlstand. Das ist die Basis unseres Wohlstands. Ganz klassisch Adam Smith letztendlich. Ja, der halt auch sagt, der Wohlstand der Nationen ist die Möglichkeit, halt Konsumgüter zu produzieren und auch an alle zu verteilen. Und Zimbabwe und Venezuela, die haben halt wenig Produktion. Ja, das heißt, in Zimbabwe war das Problem, dass halt die hatten noch eine sehr ungleiche Landverteilung. Das heißt, also die Struktur war so, dass halt die Nachfahren der niederländischen Kolonialisten, die haben halt da Landwirtschaft betrieben auf riesigen Ackern und hatten halt alles maschinisiert, hatten auch Geld für Dünger und alles Mögliche und haben dann halt sehr viel exportiert. So, und dann hat halt Mugabe gesagt, der Präsident von Zimbabwe hat gesagt, ja, ich mache eine Landreform. Ich verteile das Land anders. Dann hat er das unter seinen Leuten aufgeteilt, in Anführungsstrichen. Und dann sind natürlich quasi die Agrarlandflächen sind halt ganz stark zusammengeschrumpft. Und die Leute, die es bekommen haben, die waren arm, die hatten kein Geld für Dünger oder für einen Trecker oder ähnliches. Und dann ist denen halt die landwirtschaftliche Produktion eingebrochen. Das heißt also, Mugabe stand vor dem Problem, was machen, in Anführungsstrichen, die Supermärkte waren leer, das, was vorher produziert worden war, wurde jetzt nicht mehr produziert. Ich glaube, die Produktion ist grob um 50 Prozent eingebrochen im landwirtschaftlichen Bereich. Dann sind natürlich Mitte des Jahres die Regale leer. Jetzt können sie natürlich sagen, okay, dann erhöhe ich die Preise. Aber dann wird es politisch schwierig. Dann stehen die Leute halt auf und sagen halt, was ist das denn? Bei den Preiserhöhungen kann ich mir ja nur noch die Hälfte leisten. Genau. Wenn ich nur noch die Hälfte produziere, kann ich mir nur noch die Hälfte leisten. Und dann hat Mugabe gesagt, ja, Moment, wir erhöhen einfach die Preise, aber wir erhöhen auch die Löhne. Dann hat er die staatlichen Löhne erhöht. Und ja, dann hat er wahrscheinlich auch die Mindestlöhne irgendwann erhöht, vermute ich mal. Ich bin ja kein Experte, was diese Episode anbelangt. Aber so sind quasi Löhne und Preise immer wieder zusammen mitgestiegen. Aber der Auslöser war ein realwirtschaftliches Problem, nämlich ein Absacken des landwirtschaftlichen Angebots um 50 Prozent. Das heißt also, die Hyperinflation ist letztendlich dann eine Folge von wirtschaftlichen Problemen, die im Bereich der Abbotstruktur liegen. Das war ganz einfach. Also die Erdölfirma, die staatliche, hat halt exportiert. Dann haben die in Venezuela in der Regierung Dollars gehabt und die Dollars haben sie benutzt, um Importe aus Kolumbien haufenweise zu kaufen. Konsumgüter haben das in den Supermärkten quasi unter Einkaufspreis wieder verkauft, weil sie mussten ja keine Gewinne machen. Und so hat das funktioniert. Insofern Venezuela hat Erdöl exportiert und mit den Dollars sich Konsumgüter gekauft und das dann quasi relativ günstig verteilt unter der Bevölkerung, indem sie es halt in Supermärkten abgegeben haben unter den Preisen. Und als dann der Ölpreis verfallen ist, da hatte natürlich die venezolanische Regierung nicht mehr genügend Geld, konnte sich diese Importgüter aus Kolumbien nicht mehr leisten, dann waren die Supermärkte leer. Dann sind die Schwarzmarktpreise angezogen und dann hat die venezolanische Regierung gesagt, okay, wir erhöhen auch den Mindestlohn, damit der mithält, mit der Preiserhöhung. Aber auch da wieder sozusagen, meistens bei Hyperinflation sind es wirtschaftliche Strukturprobleme und nicht sozusagen, also ich habe noch keine Hyperinflation gefunden, wo der Staat einfach quasi sagt, ich tue euch was Gutes, ich gebe mehr Geld aus, wir wollen so werden wie Schweden oder Dänemark und dann auf einmal hatte man Hyperinflation. So ein Fall ist mir nicht bekannt. Ich glaube auch nicht, dass es einen gibt. Ich habe mir schon ziemlich viele Hyperinflationsfälle angeguckt. Um das auch noch mal überhaupt jetzt zu verstehen, Sie haben das ja schon gesagt mit der Bundesbank. Also im Grunde genommen ist der Staat eigentlich gar nicht verschuldet, weil die Institution, bei der er Schulden hat, gehört ihm selber. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber der Staat sozusagen hat ein Konto bei der Zentralbank. Also das heißt, das Bundesfinanzministerium hat ein Konto bei der Bundesbank, das heißt Zentralkonto des Bundes. Das kann man auch nachgoogeln sozusagen, das wissen die auch. So und die Bundesbank darf Zahlungen durchführen für die Bundesregierung unter der Bedingung, dass das Konto morgens bei Null ist. Das heißt also, wenn wir uns fragen, kann die deutsche Regierung Geld ausgeben? Es ist nur die Frage, ob sie ihr Konto morgens auf Null kriegen. Wie kriegen sie das auf Null? Naja, wenn sie Ausgaben tätigen, dann wird es halt negativ. So ein bisschen wie bei uns halt auch das Girokonto, was man überzieht, dann wird es negativ. So und die deutsche Bundesregierung kann das Konto wieder Richtung Null führen, indem sie Steuereinnahmen dagegen bucht, in Anführungsstrichen. Das ist aber quasi kein Geldkonto, sondern nur so eine Art Statistik. Und auf der anderen Seite kann natürlich das Konto erhöht werden durch die Verkäufe von Staatsanleihen. Das heißt also, wenn die deutsche Bundesregierung Staatsanleihen verkauft, kann sie ihr Konto wieder auf Null bringen. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie viele Staatsanleihen kann denn die deutsche Bundesregierung verkaufen? Und die praktische Antwort aus den letzten 10, 20 Jahren, Eurozone-Erfahrung, ist halt, naja, so viel sie wollen. Bisher gab es da keine Grenze. Das heißt also, solange jetzt sich auch die EZB dann auch noch dazu stellt und halt sagt, na, ich kaufe ziemlich viele Staatsanleihen an, auch von der deutschen Bundesregierung. Ja, solange die EZB unterstützt, kann quasi der deutschen Regierung das Geld nicht ausgehen. Auch in der Eurozone nicht. Ja, Veto, jeden Monat neu auf Massengeschmack.tv. Hier sind noch weitere Kurzversionen unserer Gespräche verlinkt. Die kompletten Sendungen gibt es bei uns auf dem Sender. Wie gesagt, Massengeschmack.tv. Jetzt einfach mal anmelden und kostenlos testen.